Hallo und herzlich willkommen, er hustet zurück zu The Forest. Wie gesagt, jetzt gehen wir in The Glow Hole. Ich hab Bernd dabei. Ja, sowieso. Aber der fängt nicht an zu schimmeln. Tut doch schon. Art and Great Wack, ich glaub das braucht man da unten erst sogar im Loch, wenn wir direkt im großen Loch sind. Aber... Aber wir könnten rote Farbe mitnehmen. Genau, das will ich grad machen. Wär geil, wenn wir unten sind im Loch, dass es Tag ist. Wenn es Nacht ist. Ich würde sogar ein Lager aufschlagen und schlafen. Ja, aber das wär echt zu kurz. Aber da müssen wir Sticks mitnehmen, weil ich glaub nicht, dass ich den Lager noch hab. Achso, siehst du das? Aber wir sollten nie eigentlich immer alles für ein Lager dabei haben. Ja, ich brauch 5 Sticks nur noch. Dann bin ich voll, hier ist ein Krokodil. Ich bin über ein Krokodil grad gesprungen einfach. Instant. Das Krokodil ignoriert uns eins. Nee. Es hat uns nicht ignoriert. So. So groß und glorios. Glory hole? So Bernd, so bleib ich dir. Genau, dich mag keiner. Ich hab Bernd das Ding geworfen. Hast du ihn ins Wasser geworfen? Ja. So, can any more Sticks? Ich hab jetzt komplett alles voll. Du auch? Nö, ich hab nicht mal einen Sticks. Das ist jetzt gut genug. Nee, mach mal, weil wir brauchen unten was für diese Plattform. Glaub ich. Ich weiß es nicht. Haha. So, dahinten. Da könntest du schon auf mich warten, ne? Ja, ich warte vor der Glory hole. Okay. Ich hab dann die Wahl angerufen. Ja. Lassen. Brauchst du, musst du was essen? Ich nicht. Aber. Nö, ne. Und rein. Es hängt. Es hängt. Das hat sich so lange gekragen. Ähm. Ich drück immer noch Tab. Ich muss das immer noch ändern. Was gibt's besseres als Softbodyphysics? Softbodyphysics. Warte, ich muss mal kurz die Taschenlampe ausrüsten. Gib mir einen Moment. Wollen wir hier trotzdem mal runterklettern? Wie nochmal? Nö, das gibt's hier so. Ja, halt. Ne, hier oben waren wir ja schon. Hier waren wir ja komplett durch. Warte, warte. Ja, hier oben sind wir durch. Ja, genau. Hier oben waren wir durch. Ja, runter hier. Müssen wir. Du kannst ja runterklettern. Ich spring ein bisschen. Hehehe. Ach, hier unten war auch Farbe, siehste. Ja. Ja, pack die Lampe. Eine ist aber noch da. Egal, kann man ja auch früchen. Ja, für Gott auch. Man muss Stickers mitnehmen und alles. Und den Pinsel schon wieder. Ja. Keine Ahnung. Das müssen wir auch noch fixen. Dass wenn man's hat. Dass man's hat. Taschenlampe? Taschenlampe? Jetzt. Ich hab immer noch den Pinsel, ja. Ja, hab ich auch. Die schlägt ganz schön schnell. Ja, so mit denen kannst du die verprügeln. Die merken's noch nicht mal. Ja. Oh, das kitzelt. Gäbe ich die Tasche mal mit mir. Jede Wette. Wir hätten sogar mit der Climbing-Axt. Ach, guck mal hier. Wollen wir kurz speichern hier? Ja, ne? Ja, stimmt. Wir haben ja schon gesagt. Wir hätten sogar mit der Climbing-Axt ins Loch direkt runter gehen können. Oder nicht? Warum? Warum soll man nicht? Ach, ne. Was? Was? Ne, weil was? Ich hab das jetzt nicht verstanden. Ja, wie Dummsinn. Nee. Nee, wieso? Hätte ich jetzt sowieso nicht gemacht. Bin ich ganz ehrlich. Hier ist ein bisschen viel Action. Ich find geil, wie mein Taschenlampe manchmal einfach nicht gerade ausrichtet, sondern einfach irgendwo hin. Zum Beispiel mein eigenes Gesicht. Wollen wir runter oder darüber? Runter oder runter sagen. Ja, aber weil darüber können wir auch dann weiter runter. Ja, aber da gibt's ja. Ich glaub ich hab's nicht anders. Oder? Ja, erstmal hier runter. Ich würd sagen, wir müssen aber rüber, um weiter zu kommen. Ich glaub hier ist nur so ne Ebene, wo nix ist. Doch, oah, zwei Knochen, Alter. Zwei Knochen liegen da. Ähm, son. Wenn ich jetzt mal den ersten Sprung hätte man vielleicht ohne Climbing-Ex noch machen können. Und darum ist das jetzt vielleicht noch zur Sicherheit vom Level-Design. Ich hab über Angst, wenn ich die Climbing-Ex losse, dass ich einfach runterfalle. Jep, ich auch. Ich guck immer weiter zur Wand, um welchen Falle schreie ich. Hä? Oh, hier müssen wir aufpassen, hier ist Wasser. Warte, kann man die Axt eigentlich zum Brennen bringen? Weiß ich nicht. Hier sind Babys und Scheiße, dass du da jetzt festhängst, Alter Oder dass du überhaupt im Wasser warst Ja, die tun Ja, die tun sie ja nix Aber dir jetzt Egal, dann müssen wir töten Ich habe die Direkt zu dir Ja, danke, damit du mich noch rechst Was habe ich? Ja, ja, der hat mir auch noch gleich eine mitgegeben Die Babys, die Babys muss aufpassen Die greifen dich auch an Definitiv Nee, ich habe so getötet Oh nee, oder die Tascheampel ist schon wieder leer Oh nee, ich bin voll ohne ökologisch Huch Ach, da lang? Ja Wir werden schon wieder rote Farbe finden Ah, nicht so schnell rennen Oder? Oh, hier geht's Noch weiter runter Ich muss mal kurz Medizin fressen Okay, ugly Okay, ugly Oh Du musst sprengen, weil ich noch draufgehe, da war nur ne Nee, das sind die zum sprengen Wir müssen doch hier Hier lang Was liegt denn hier? Eine Pulle Eine Pulle voll rum Ah, ja auch Du hast ja grad dupliziert Da lernen grad ganz viele Äh, hier lang oder? Mal im Wasser gucken Hast du grad noch die Maske auf? Nee, grad nicht Das Wasser ist tief hier nämlich Ja, okay Okay, ugly Alter, wo sind denn die Schlafwerke? Wie sind die Leute mit dir runtergekommen? Oh Oh Du hast Rüstung, du bist vor Ich hab kein Dings mehr Keine Farbe Was heißt Rüstung? Ich hab gar nichts Ich hab nicht mal volles Leben Wie können die immer so schnell schlagen Diese Schwanzten Bist du das, der mich immer trifft? Eigentlich Ich weiß nicht Mit der Climbing-X holt er ganz schön weit aus Merke ich Warte, ich muss mir kurz wieder weiter Medizin curfen Ist er tot? Zum Aufheben, ne? Bis er Bis er zum Aufheben geht, ne? Der lebt noch Nö Ich hab ihm eigentlich auf dem Boden noch dreimal eine reingehauen Jetzt Ich muss was essen eigentlich Snacks ist egal Ah, hier müssen wir springen, jede Wette Ich springe, Meister-Bob Willst du auch mal was machen? Ja, kannst du auch mal springen, ne? Wow, hier ist gerade das Wasser gespawnt Oh, da sind welche Äh Zurück, zurück Zurück, zurück, gecroucht, gecroucht Scheiße Ja, wir leuchten ihn ja nur in die Fresse, ne? Das ist ja insinnig Das ist echt so Ey, die kommen da nicht durch, oder? Ich würde eigentlich auch gerne mal auf Kannibalen-Dinamid Werden Soll ich machen? Ja Du bist ja Experte Du bist Sprengmeister-Bob Ich spreng nicht nur die Selbstdruck Ja, so weit kommt die nicht, oder? Bitte, bitte, bitte Boah Jawohl, alle vier oder fünf Oder keine Ahnung, wie viele waren weg Nein, einer lebt noch Zwei Zwei Das war ein Combo-Breaker Huch, nein, Mist, schon wieder falsche Taste Die Typen sind aber komplett gegrillt, ne? Ah, du bist schon da Was machen die? Die sterben einfach synchron Synchronen sterben, das sind beste Freunde Ja, ich hab's gesehen Ach nee, das Spreng braucht man doch nicht Ja, das Dynamit hat's glaub ich wehgesagt Du, links, ich rechts Äh, jo Über den Felsen Alter, ich bin schnell bei deiner tot WTF, meine frisst schon irgendwie den 10. Hint oder so Ich hab meine ganze Ausdauer in den reingeschlagen Und jetzt, jetzt nach unten hauen Ja, die halten Die halten hier richtig viel aus Deiner war irgendwie nach drei Schlägen schon am Boden Nee, nee, der war am Boden, aber nicht tot Ich habe auch gedacht, der war tot Darum bin ich zu dir gekommen rüber Ah, guck mal da vorne Guck wie langsam ich schwimme Ich schwimme nicht schneller Okay Ich schwimme genauso schnell wie du Ja, komm, brauchst du jetzt nichts mehr sagen Nee, das ist ja, keine Ahnung Willst du werfen oder soll ich wieder? Äh, worauf? Na hier, die Wand hier vorne Ich geh nicht mehr, ach die da oben Äh, hab ich Dinamid, hab ich noch Dinamid? Hab ich das alles bekommen? Achso Na warte, ich mach, ich mach Ich hab nur drei Ach hast du, gut, dann mach, mach Der hinter sind große Viecher, ne? Du musst jetzt komplett ausgerüstet sein Mit allen Kram Wow, die Climbing, äh, die Climbingwand dahinten an der Seite ist übelst unnütz Ich bleib Ich bin nicht hochgekommen Oh, da ist ein Vieh Ich kann es nicht hauen What the fuck? Zwei Genau Komm mal, komm mal hier runter, komm mal Genau Kommen die hier auch runter? Die kommen hier auch runter Ja, ich bin ins Wasser, ich bin ins Wasser Alter Alter Alter, ich wär fast zugestorben So, einer ist tot Okay, warte, ich mach kurz meine Achsen Ein bisschen voll mit Alkohol Bis die so hart brennt, dass der Gegner heult Ich kann, ich, ich geh nochmal hoch Und mach nochmal kurz Den anderen Wie kommst du denn sonst hoch? Weiß ich nicht Oh, 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 oh Oh, 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 oh Die moderne Achse ist übelstark Ja Ich brenne Bei mir brennt du nicht mal Aber wie Oh, hat er grad gemacht, wo er ausgegangen ist Aber wie Wie kommst du da da und so? Hier? Über den Felsen. Ja, halt, ja, genau. Ach, guck mal, hier ist die erste Wall. So, nicht draufpacken, ne? Du musst erst Sticks in die Hand nehmen. Ich hab Steine genommen vorhin, aber ich hab noch Schädel dabei. Ich hab nur Schädel dabei, machen wir in die anderen Jones. Oh, hier sind welche. Die Tür hat aber extra weit für dich aufgemacht. Hier unten sind, glaube ich, drei oder vier Stück gewesen. Tot. Tot. Ich bin mir sehr sicher, Herr Dr. 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 Hab ich jetzt meine Achse draufge... Ich hab meine Achse draufge... Ich hab meine Achse draufge... Ja, aber ohne alles. Ne, doch nicht. Boah, da kam auch ein bisschen Glitch mit. Ja. Ach, die geht dann komplett auf, wenn man durchgeht. Boah. Wie lang das Seil ist. Boah, jetzt musst du wirklich in die Schädel gegenlaufen hier immer. Wenn du springst. Krass. Ich hab immer so Angst, dass solche Sachen zusammenkreisen. Die sehen mir einfach so, ob die jetzt noch zusammenkosten aus. Egal, in welchem Spiel. Echt? Ja, Erfahrung. Mit... Boah, ist das dunkel. Ich warte mal, Taschenschlampe. Oh, hier geht... Wow, es geht raus und es ist dunkel draußen. Fuck. Ich kann Schalter bauen und schlafen. Ja, lass trotzdem erstmal rausgehen und Feuerzeug trotzdem in die Hand. Ich kann nicht raus. Doch, jetzt. Ich wollte gerade sagen. Achso, nee, stimmt. Hier ist ja noch eine Wand zwischen. Erst ab gleich sehen wir, ob es draußen dunkel ist. Ja. Mach nicht zu weit auf. Alter? Ja, klar, klar. Bau einfach irgendwas Simples hin. Dein Gehirn kann ich leider nicht bauen. Ich kann hier nichts passieren. Dann lass mich das machen. Wow. Ach, weil wir draußen sind. Stimmt ja. Warte. Ja, kommt hierher. Ich wollte gerade ausholen, so einen richtig fetten Schlag drauf. Hinter die sind noch zwei. Ja, ich bin gleich tot. Ja, ich glaube sie schon ein bisschen. Oh mein Gott, ich bin auch nicht tot. Töt' mich. Wow. Ich muss mal eins kurz anzünden, im Moment. Komm her, du Wichser. Komm her, du Wichser. Dann kann ich auch mal kurz speichern. Meine Axt ist aus. Schnell, schnell, schnell. Oh, ist das ein Paar. Der war mit drei Schlägen mit einer brennenden Axt. Der lebt da noch. Ja, bei mir konnte ich ihn gerade aufheben. Ähm, der glitscht auch bei mir voll. The gym. Ich... Ich brenne, du hast mich gehauen. Sorry. Deswegen muss ich warten. Ja, vielleicht ist es so richtig heiß. Schlafen. Lass mal schnell schlafen. Oh, scheiße. Mein Essen. Oh, fuck. Vielleicht machst du auch nicht. Oh. Äh. Äh, doch, ist Tag. Oh, guck mal nach oben, Alter. Wie kann ich hocken, ne? Äh, wie hockt der denn? Der hat... Meine Axt brennt einfach immer noch. Das ist so eine Nachtbrenn-Axt. I'm blue and dam di dam dai. Ich weiß, ob der Uchi-Cloud war. Nee, der fette. Dieser Panzer. Elefant, keine Ahnung. Ach du. Ah. Schau mal, wenn ich sehe. Und zwar nehmen wir jetzt mal die Flare-Gun. Genau, das wollte ich auch sagen. Wie aimt man die bitte? Ich sehe nicht, wo man hin-aimt. Wow. Jetzt aber. Hab ich den getroffen? Nee, ich. Er brennt aber nicht. Bei mir brennt. Wollte ich kurz sagen. Ja, er brennt auf. Mein, der Typ hat echt viel Interesse an. Er greift halt nicht mal an, du dir jetzt mal. Nee, das wundert mich. Aber wenn der angreift, dann hast du ja selber vorhin gesehen. Ja, da hat... Fickt der mich einfach mal. Fass direkt zwischen die Beine durch. Oh, keine Munition mehr. Warte, ich hab brennende Pfeile. Ich hab brennende Pfeile, Mann. Warte, einen Einschuss will ich noch. Oh, verdammt, das war jetzt doof. Aber ich hab einen getroffen, oder? Nee, der brennt, er brennt. Oh, wie... Der brennende Pfeile. Mach mir doch noch was neben dir. Oder du fällst ihn an. Oh, ich dachte, der verfolgt mich. Lüge, der hat doch noch. Der ist fett. Der soll hier mal herkommen. Ich will mal auf den so draufspringen. Komm, wir laufen jetzt hin. Los. Ja, warte, ich zun meine Achsenkuss an. Äh, er ist tot. Schnitzel-Time. Du warst ein ewiger Kaff. Drei Pfeile und zehn Flare später, ey. Dein ist was. Du musst kurz drauf um meine Achse machen. Ich auch. Und wenn du Alkohol auf deine Achse machst, dann wirst du schneller. Wie schneller? Äh, nee, dann macht du mehr Schaden. Ich verratere. Hier ist nix drinne. Hier ist ein Sprengstoffdinger drinne. Nee, oh, Flair ist... Jawoll. Hab ich eh voll. Ja, ich nicht. Ich hab ja grad meine... Flair-Garn aufgefüllt damit. Dann haben wir hier noch ein Circuit-Board. Ja, das ist aber uninteressant. Wo ist denn eine große Kiste? Okay, und jetzt? Hm. Wo gibt's Stamm? For? Hier steht for drauf. Für wen? For your Mail-Express. Ah, hier ist noch ein Circuit-Board. Ja, brauchen wir trotzdem nicht. Ich weiß, die haben nicht mal Kleingeld. Ey, das ist lächerlich. Das haben sie bestimmt vergessen. Jede Wette. Also wenn die sowas vergessen, sind die hier. Achso, wieder an Land und Dings auswählen, ausrüsten. Nein. Jetzt muss man nämlich taus... Oh, schon wieder spoilt. Ach, direkt aufs Loch gesprungen. Oh, leck, 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 leck. Oh, beim Schwimmen leckst du Schlimm. Ja, das war grad wirklich. Oh, schon wieder. Ja doch, beim Schwimmen leck ich selber. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt hab ich meine 50 FPS, 53. 50, siehst du, war. Ja, 55. Ich denke mal, ich übernehme irgendwie deine FPS, damit es nicht zurücklandt kommt oder so. Jede Wette, kann ich mir nicht anders vorstellen grad. Nee, du lädst halt die Map. Du bist ja der Server. Du lädst ja, ich glaub, die ganzen Objekte. Ich lade nur noch Textoren ein. Also es würde Sinn machen. Aber keine Ahnung, ich bin kein Entwickler. Ich auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Kann sein. Aber der Herr, du ja deine... Ja, aber da hast du natürlich stärkere Arbeiten. Scheiße, ich wollte... So, meine lieben Leute. Wir sehen uns gleich, wenn wir wieder oben sind. Ich wollte eigentlich, bevor ich ins Loch springe, machen. Aber jetzt habt ihr schon ein bisschen mehr gesehen. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Vielleicht mit Timmy. Naja, in der Tür mach ich nochmal, wenn ich nicht vergesse, einen Cut. Bitch. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniere mich, gebt einen Daumen nach oben und schreibt den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss.